Wie sieht es denn aus mit Laser? Ist ein Laserpointer schlimm? Ist der gefährlich? Laserpointer geben einen gebündelten Lichtstrahl ab, der für unsere Augen ein Risiko darstellen kann. Schaut man direkt hinein, kann dies die Netzhaut vorübergehend oder sogar dauerhaft schädigen. Es gibt verschiedene Laserklassen. Es tauchen aber immer wieder Pointer auf, bei denen gar keine Klasse angegeben ist oder die viel leistungsstärker sind als angegeben. Im Zweifel gilt also, ja, Laserpointer können gefährlich sein. Sie sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhand.